Ein neues Programm gibt es 2019 im Herbst und diesmal möchte ich wieder eine Geschichte erzählen, ein Stück. Konkret wird es gehen um zwei Männer, die das nachholen wollen, was sie in ihrer Jugend versäumt haben. Also Männer in meinem Alter, Mitte 50, die Zeit haben, auch ein bisschen Geld haben und das große Abenteuer wagen und weil wir beim Motorrad ein bisschen rauskennen, wollen sie nach Dakar fahren. Es gab ja diese berühmte Rallye Paris Dakar, die es noch immer gibt als Rallye Dakar, aber die nicht immer von Paris nach Dakar geht, sondern mittlerweile in Südamerika stattfindet. Aber die zwei wollen mit Gelände gegen Motorrad dann nach Dakar fahren. Ja, das ist gar nicht so leicht, wie man glaubt. Also ich würde es nicht probieren, aber meine zwei Helden werden es probieren.